Herzlich Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 NMX Wir sind hier immer noch in diesem komischen Zelt im Diebdschungel und auf einmal kommt der blöde Löwe wieder den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht ich dachte da kommt was anderes kommt da ein paar herzlose oder so aber was gleich dieser blöde Löwe und so ne haben wir Tatsa ein Level abbekommen und der Löwe haut wieder ab Viking Ich hoffe das Level ab haben Tatsa mit dem Gefühl ob gleich alle MP verbraucht Mann wir müssen zu den Gorillas ich gehe mal hier lang zu den Gorillas und wer hätte gedacht und gleich erstmal den ersten Sprung verkackt ähm auch das Needle drauf und gleich noch ein zweiter und dann jetzt hier rüber da hinten ist eine Kiste die ich schon gern haben wollen würde und da müssen wir glaube ich noch hoch sieht jedenfalls dann aus wie haben wir die 25, 26, 27 der Martina gefunden da oben ist aber noch eine Kiste die ich natürlich auch haben möchte ja schwimmen können wir auch oder beziehungsweise kann man so rauchen wenn man sehen kann so Mega Potion ist ja schön dass ich so viele Mega Potion bekomme ein paar normale Potion wären aber schön so der Sprung hat nicht geklappt ich hatte gehofft der würde klappen ähm ich glaube an diese Kiste da oben komme ich momentan noch gar nicht ran ja und so schon mal gar nicht ach immer drehe ich die Kamera in die falsche Richtung ne gut dann hole ich die Kiste später ich warte wieder bis das Brief abgetaucht ist dass ich dann mich direkt wieder hier von so drauf stellen kann weil ich möchte eh hier rüber so jetzt kann ich mich an dieser Lianenstock was auch immer ist jedenfalls so stabil wie ein Stock sieht aus wie ein Liano hochhangeln Kurchak bitte hörte mich ich weiß dass die Nessting Gründe sind secret aber ich信 sie ich sie Siehst du ich möchte ihnen helfen weil 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 sie uns braucht Oh, did you get that? No. Kerchak. 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 Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Baumhaus rüber gesehen. Ja. Mit Randspellen kannst du dir die Liane greifen und mit und hopp geht das weiter. Zur nächsten, die wir anreißen, hält man sich zu lange fest. Super. Und hopp. 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 Und abspringen. Ja. Hier ist sehr viel, wie man sehen kann. Aber da ist eine Kiste. Jetzt bloß nicht runterfallen, das geht dann mächtig nach hinten los. Und wieder ein paar der Martinas gefunden. Das ist doch wunderbar. Ähm, hopp. 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 Ja, jetzt springen wir die ganze Zeit zurück. Ich weiß. Hm. Ich glaube. Da kann man reinklettern. Super. Na tu, ist doch anstatt der Mammutbaum. Eigentlich war ich schon in der Erinnerung, dass hier noch mehr Gegner waren. Als, äh, nicht Gegner. Lass mich nochmal runter. Irgendwas habe ich jetzt schon hier übersehen. Also da können wir weitergehen. Und da kommen wir. Und da habe ich gerade und hopp gemacht. Weil schon mal und hopp, weil ich war der Meinung, es gibt es noch mehr Küssen. Ja, da bin ich. Gut, dann habe ich mich wohl getäuscht. Dann klettern wir da hoch. Wenn nicht, ich habe ja eh nochmal vor, wegen Trio-Symbolen und dem ganzen Spaß und Kisten, die ich jetzt nicht erreichen kann, später nochmal überall hier hin zu gehen. Von daher, macht es jetzt auch keinen Unterschied, ob ich die jetzt oder später finde. Untersuchen. Eine verweckte Blüte, interessant. Und mal wieder runtergefallen, wie soll das auch anders sein? Springen ist ja meine Leidenschaft. Ops, darüber. Die könnten wir jetzt nochmal Trio-Symbol aktivieren. Wenn wir Donut dabei hätten. Haben wir gerade auch nicht. So, der hat gesagt, er hat zum Baumhaus geguckt. Deswegen gehen wir auch mal zum Baumhaus und gucken mal, was da jetzt so Phase ist. Was ist die große Idee? Wollt. Wollt. Wollt, Kirchak. Natürlich, diese billige Ausrede kaufe ich noch auf der Stelle ab, ohne mit der Wimpern zu zucken. So, irgendwie kommt man hier auch rauf. Hm, hier kommt man auch rauf. Möchte da rauf? Ähm. Irgendwie klappte das. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie. Entweder. Ja. Ich weiß nicht, ob das der normale Weg ist, mit dem Schlag da hoch zu kommen, aber solange es klappt, ist es doch super. Ähm. Schauen wir uns hier mal kurz in Ruhe um. Wenn es das barrikadiert. Ne, 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 ne. Und darüber. An der Leiter können wir uns hochhangeln. Hopp, 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 hopp. So, durch das Fenster können wir. Oder ich kann runterfallen. Wow. Wow. War das alles? Entschuldigung, ich werde wieder... ...gangst weg. Jetzt auch mal wieder hier. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns schon mal heilen. Jetzt kommen wir eigentlich auch schon wieder direkt zum Zelt, wa? Na, gehen wir mal gucken. Vielleicht hat sich da ja was verändert. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr so direkt, wo ich hin muss. Deswegen gehen wir einfach mal zum Zelt. Ich weiß nicht, was das bringt, diese Gerüche zu zerschlagen, aber... ...warum nicht. Super Idee, da nicht groß zu spinnen, sondern gegen zu schlafen. Ui, 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 ui. Der hat dann auch nicht überholt. Wie hat er das denn gemacht? So, nein, ich wollte da nicht kommen. Was? Oh, ja, ich glaube noch ein Gegner. Der Tiger schon in dieser Haut. Das ist nicht in Ruhe. Oh, ja, hast du ihn. Na, egal. Solange Tatsache mich heilt, ist mir das egal. Besser als zu sterben. Warum hat mein Zauber nicht geholfen? So. Schlagen wir in der K.O. 15 XP haben oder nicht haben. Super. Gehen wir mal Jane fragen. Woher kommt der Tiger eigentlich immer wieder? Der ist so nervig. Wie konnte du so etwas tun? Jetzt, Frau Porter, wie ich sagte, ich war nicht auf den Gorillen. Du bist nicht nach den Gorillen wieder. Oh, wegen einer, Frau Hap. Komm jetzt. Oh, was ich tun? Ich werde sie mit diesen Geheimdienern verbringen. Die letzte Guerillas. Ich werde jeden letzten einer davon verhüllen. Ich werde sie irgendwie verhüllen. Ich werde sie auf das Leben verhüllen. Ich werde sie auf das Leben verhüllen. Ob der Kollege da wirklich von einem Gorilla angegriffen wurde, das werden wir sehen. Mr. Clayton ist kein schlechter Mann, er ist nur aufbausend natürlich. Ich töte auch Gorillas zum Spaß, weil ich aufbausend bin. Wenn ich die jetzt noch treffen könnte dann. So viel HP haben die zum Glück nicht. So, dann Aua. Hat Tarzan da gerade Ero eingesetzt? Na ja. Aha. Da habe ich gerade noch so erwischt durch die eine Ability die ich habe. Protesgummi erhalten. Ja. Da ist der liebe nette Flaken nicht mehr da. Ja, ich gehe mich nochmal heilen. Warum? Einfach nur so. Und ich will gucken ob sie jetzt was anderes sagt. Die Gorilla im Baum ist vielleicht in Gefahr. Bitte beschützt die Gorillas. Ja, natürlich. Na gut, wenn ich nochmal hier bin, dann speichere ich jetzt auch ab. Und im nächsten Part gucken wir uns dann weiter hier im Deep Jungle. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.